Jo Leute, kurze Information für alle, die sich gestern oder heute eingeloggt haben oder es vielleicht noch nicht getan haben, denn so geht es mir tatsächlich, wenn die Season sich dem Ende entgegen neigt oder jetzt sogar das Kapitel, dann habe ich wenig Motivation meistens irgendwie nochmal die Playstation anzuschmeißen, aber hierfür lohnt es sich vielleicht nochmal, macht das mal und schaut, ob ihr dieses Item jetzt auch gratis bekommt. Das ist ein Ladebildschirm, keine Frage, ist jetzt nicht das allergrößte Highlight, aber es ist zumindest mal kostenlos und ihr seht hier schon den Collagen hinten, der hier durch die Gegend getragen wird, das ist nämlich ein neuer Ladebildschirm, der vorher noch nicht drin war, glaube ich gestern auch erst decrypted und jetzt erst gerade frisch in der Verteilung, wie gesagt, das bekommt ihr, wenn ihr bei Horde Rush diese grüne Gurke, so nenne ich es jetzt mal, auch freigespielt habt. Denn ihr könnt euch erinnern, da gab es verschiedene Sachen, die du musstest erfüllen und wenn du die erledigt hast sozusagen, dann würdest du hier den Gurkenrick, Rickle Pickle oder wie das Ding dann auf Englisch heißt, bekommen und wenn du das bekommen hast, bekommst du jetzt das Ding irgendwie dazu. Also für alle, die das freigeschaltet haben, ja, checkt das mal, ob ihr jetzt nochmal ein Ladescreen irgendwie dazu bekommt oder ob es nur für die war, Dienst gekauft haben, aber ich glaube, bekommen alle. Die werden wahrscheinlich nur checken, wer hat das und dann bekommst du das. Also das nochmal als kleine Information, kleines Update, schaut mal rein, vielleicht gibt es ein Item gratis und dann haben wir doch für heute wieder alles erreicht. Also bis dann, macht's gut, ciao, ciao.